Servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Pender. Na, alles klar für euch? Bei mir, nur was soll ich sagen, es passt schon soweit, na, muss ja irgendwie. So, heute haben wir an dem Programm. Lindemann mit Steh auf live in Moskau. Das Lied ist mir auf jeden Fall ein Begriff, ich habe das Musikvideo schon gesehen, war sehr wild, es passiert sehr viel, man weiß zwar nicht, was passiert, aber es passiert. Ja, und heute schauen und hören wir uns live in Moskau an. Na, ich bin sehr gespannt, live ist es immer was anderes und wie wir es halt kennen, ist natürlich die Shows von Till Lindemann immer ziemlich krass, schon alleine bei Rammstein immer sehr bombastig mit viel Feuer und viel Effekten und so und ich nehme mal an, dass es bei Lindemann genauso abgeht, aber ich bin gespannt. Schauen wir mal rein in die Masse. Auf geht's. Ja, wie zu erwarten, die Kostüme wieder, wird's krass. Viel Schminke, alle ganz in weißen. Ja, wie zu erwarten, die Kostüme wieder, wird's krass. Viel Schminke, alle ganz in weißen. Das könnte lustig werden. Heute ist ein schöner Tag, am Himmel fliegen, bunte Drachen, rote schwimmen, auf gesehen, wir könnten so viel machen. Wir wollen nichts versäumen, wollen nichts verpassen. Doch du bleibst einfach liegen auf dem Bett, dem Nassen. Steh auf! Steh wieder auf! Steh wieder auf! Seh auf! Steh wieder auf! Bleib nicht liegen, es wär schade. Zirkus ist heut in der Stadt. Und bitte zeigt mir alle Tiere, hol mir Eis und Limonade. Wir wollen nichts versäumen. Wir wollen nichts versäumen, steh doch auf, wir haben Spaß. Doch du bleibst einfach liegen, Augen offen, Wangen blass. Steh auf! Steh wieder auf! Steh wieder auf! Steh auf! Steh wieder auf! Steh wieder auf! Steh diesen! Warum muss ich immer warten? Warum immer weinen? Warum all die schwarzen Löcher in den Armen, in die Beinen? Warum muss ich immer warten? Steh auf! Steh auf! Steh wieder auf! Steh auf! Steh auf! Steh wieder auf! Steh 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 auf!